Da bei der Spätschicht merkt man dann einfach, wenn da Störungen drin sind, sind halt ganz gut wichtig, dass das Personal da ist und dass der Anschlusspartner da ist. Wenn ich Kundschaft habe, die einfach weiter muss nach Hamburg und ich habe leider keinen Zug mehr, der fährt, muss ich einfach versuchen, die Kundschaft in ein Hotel oder wer ist mit Taxi, dass man da einfach hier ist. Man kommt zum Dienst und weiß eigentlich nicht, was habe ich heute alles zu tun, was kommt alles, es können so viele Sachen kommen, es kann einigermaßen ruhiger Tag werden, es kann stressiger Tag werden. Gehört einfach dazu, dass man gut gelaunt ist in der Arbeit, weil man einfach mit Kunden zu tun hat. Also das ist ganz wichtig, der Zusammenhalt bei uns, wir gehen einmal im Monat fort oder es werden Aktivitäten wie Bowling, Kegel oder so Ausflüge, machen wir schon, ja. Den Job ist eigentlich, ich möchte nichts anderes tun, weil es ist wirklich, mir passt das Umfeld, mir passt mein Aufgabengebiet, ich kann mich da entfalten, ich kann mich eingeben, es macht einfach Spaß.